Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Pattern Matching, ähm, funktionalen Programmieren und natürlich zum Programmieren lernen der großen, großen Serie. So, was wir heute machen wollen, ist, wir wollen Guards einführen und Guards sind nochmal so ein bisschen, bam, das ist nochmal zusätzlicher Zucker für unser Pattern Matching, das es noch viel, viel stärker macht und dann haben wir natürlich richtig, richtig viele Möglichkeiten. Und zwar, was man machen kann ist, man kann jetzt hier zum Beispiel sagen, wir wollen nur Y haben, wenn Y zum Beispiel größer als 0 ist und ansonsten nicht. Ja, und was jetzt passiert ist, wir gehen mit unserer Liste, wobei wir machen es jetzt hier mal größer 3, dann zeige ich euch das am besten am Beispiel, ähm, was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir geben hier unsere Liste in unseren Switch rein, wir gucken, ist es die leere Liste? Nö, ist es nicht. Also, ist es ein Element und dann die leere Liste? Nö, auch nicht der Fall, denn sonst müsste ja 2, 3, 4, 5 die leere Liste sein, was es offensichtlich nicht ist. Okay, also, X, Doppelpunkt, Y, Doppelpunkt, X, S. Also, erstes Element ist X, zweites Element ist Y, Restliste ist 3, 4, 5. Und das aber nur, wir gehen nur in den Case rein, also das geht natürlich hier, aber wir gehen nur in den Case rein, wenn Y größer als 3 ist und ansonsten eben nicht. Und das bedeutet, X ist 1, Y ist 2, also ist es offensichtlich nicht größer als 3, also gehen wir auch nicht in diesen Case rein. Das bedeutet, wir gehen wieder in diesen Case rein und sagen dann X, Doppelpunkt, X, S. Naja gut, hier steht kein Guard, also sagen wir hier einfach 1 und Restliste 2, 3, 4, 5. Und dann können wir hier weiterarbeiten. So funktionieren tatsächlich Pattern Guards, das heißt, wir bewachen sozusagen unsere Eingabe hier nochmal, indem wir eine zusätzliche If-Bedingung dafür angeben können. Das heißt, es muss nicht nur hier matchen, sondern auch noch diese Bedingung hier erfüllen und erst dann gehen wir hier runter, sozusagen ein End, wenn man so möchte, für unser Case. Das ist eine ziemlich geile Sache, würde ich sagen. Und ja, ich kann hier natürlich auch noch mit uns oder sowas, X kleiner 0 oder sowas, kann ich natürlich auch noch weitermachen. Also ich kann hier beliebig kombinieren und sonst irgendwas damit machen. Und ja, das ist eigentlich auch schon tatsächlich alles, was ich euch dieses Mal zeigen möchte. Ich weiß, dieses und das letzte Mal waren relativ einfach, aber das ist natürlich eine super Konstruktion, dass man hier richtig, richtig viel damit machen kann. Okay, wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.